Und herzlich willkommen zu Folge 68. Ich starte mal eine Stoppuhr. Ich kann ja wieder eigentlich von der Sonne abgehen ungefähr. Ah, wir wollen auch mit Stoppuhr arbeiten. So, weil letztens habe ich gesagt, wir machen jetzt die Farm fertig. Das wird jetzt auch hoffentlich passieren, wenn ich das noch schnell genug schaffe. Und ich nicht so viel rumtrödeln muss. So. Das, 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 das. Jetzt brauche ich noch meinen Back-Devel. Ich hoffe, dass alles noch ein bisschen drin ist. Da brauche ich vier Truhen. Ein bisschen Pflasterstein habe ich den Quäschet Hammer brauche ich. Dann brauche ich Eisen. Brauche ich Gold. Zu wenig Gold, das sehe ich gerade. Hier ist auch noch ein bisschen, nur noch ein bisschen Gold. Da. Das ist gar nicht gut. Ich hätte doch vorher so eine Reihe an Gold wieder verbrannt. Alles in Kauf gegangen. Kann man nichts machen. Ich habe so viel Elektronen gemacht. Ich habe auch nichts für Gold drinne mehr. Nö. Elektronen 2, 6 erdig. Werden vielleicht noch verbraucht werden. Das ist das Problem immer. Ich kann sie verbrauchen. Hab ich hier noch was drin? Oh, hier sind auch Klumpen drinne. Nice. Dann können wir gleich nochmal zwei hinterher schicken. Weil da bekommen wir nämlich zwei Barren mit raus. So. Und dankeschön. Und dann brauche ich vielleicht noch Diamanten. Und doch nochmal das Glas hier raus. Denn ich will einerseits jetzt hier ein paar Eisenkisten machen. Ein paar Eisenkisten. Da fehlt noch einer. Nein, dankeschön. Und einerseits hier noch ein paar Goldkisten. Zwei Goldkisten. Eine Eisenkiste reicht. Und eine Diamantkiste. Oder zwei gleich. Ja, machen wir auch gleich zwei. So. Äh. Und wie war das denn? Oder war das so? So. Tak. So war es. Dann machen wir das halt so. Und dann gehen auch wieder Diamanten drauf. Eieiei. Vier Stück wieder verbraucht. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So. Warplastic nicht. Das brauche ich auch nicht mehr. Das brauche ich nicht. Die habe ich ja. Das kann sie jetzt halt alles aufladen. Uah. Und dann gehen wir bis hinten hindurch und bauen unsere Farm auf. Ich brauche ja noch mehr. Ich brauche noch mehr. Ein paar Sachen brauche ich noch. Ich brauche unter anderem noch die Redstone-Leitungen. Die ich hoffentlich irgendwo hier verfrachtet habe. Ich weiß definitiv nicht wo, aber ich habe sie irgendwo verfrachtet. Da sind 14. Die reichen nicht. Na gucken. Nö. Hier sind es ja nicht. Da sind die anderen 42. Schau mal. Das wird auch nicht... Ja, ich will hoffen, dass es reicht. Dankeschön. So. Pack wechseln. Und dann gehen wir da hinten irgendwo hin. Da, wo da scharf ist, wird vielleicht die Farm hingestellt. wäre, glaube ich, sinnvoll. Ich weiß noch nicht, wie groß ich den Radius wirklich mache. Müssen wir mal schauen. So. Ah ne, das muss ja gestehen bleiben hier. Äh, zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Ich gehe mal hier runter und dann hier irgendwo... Hier setze ich mal den Block hin. Und zwar... Da hin. Ich glaube, da muss noch einen runter. Uh, das war zu tief. Dann kommt hier der Planter hin. Und jetzt muss ich in die Richtung. Wenn ich jetzt hinbuddeln, muss ich jetzt wieder hin. Was machen wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Hier drunter. So. Da muss ich alles mal eben alles ausheben hier. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Und... Das darf nicht nachwachsen, dann kriege ich das nicht schon abgebaut. Und hier noch. Und da noch. Jetzt will ich hoffen, dass das reicht. Das haben wir. Dann brauche ich das hier. Die kommen. Ah, was mache ich denn da für ein... Gestrüpp hin. Hm. Vielleicht Holz oder sowas. Ich werde mal eben... Die eine Kiste aufbauen. Kann noch nötiger Kram erstmal rein. Ein Ding kann da hinten reingeworfen werden. Schon mal. Hier kommt der Planter ja hin. Da kommt das hin. Dann brauche ich jetzt gleich ein bisschen Holz. Oder ein bisschen Cobblestone. Cobblestone und Holz. Sieht vielleicht auch gut aus. Damit zumindest der Boden und die Wände ausgeglichen werden. Vom... Ja, dass es schon mal gut aussieht, sozusagen. Das würde ich ja auch wieder reichen. Das brauche ich nicht hier. Holz haben wir noch hier. Naja, das brauchen wir nicht. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Holz gebracht hat, hier. So was komisches. Ja. Keine Ahnung. Wird vielleicht auch gut aussehen. Dann nehmen wir das Holz weg und machen dann Wände aus Cobblestone. So, die soll eigentlich reichen. Nehmen wir hier so ein komisches Holz. Wird schon okay, nein. So schlimm kann es ja nicht sein. Dann muss ich ja wieder zurück, weil ich noch ein paar Sätzlinge brauche. Aber dazu spielt da mehr. So. Dum, 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 dum. So tief wollte ich ja natürlich nicht. Upp. Okay. Jetzt kommt Stein hier dran. Und... Dum, 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 Stein, 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 Stein. Ah, da war noch eine Lücke. So. Denn somit kann ich mir, wie gesagt, einen Gang erschaffen, wo ich lang gehen kann und wo ich vielleicht das eine oder andere Käbelchen durchziehen muss. Sprich, muss ist ja auch richtig, sozusagen. Denn ich brauche hier einerseits Strom. Der muss ja irgendwo dran. Und ich brauche eine Hin- und Rückführung für die Sätzlinge. Weil die fallen manchmal raus und dann muss ich die wieder zurückführen zu ihrem eigentlichen Ort. Also wieder oder beziehungsweise in die Kiste zurück, wo sie dann hin können. Deswegen werde ich eine Rückführung für die Sätzlinge einsetzen, weil einmal müssen die Sätzlinge hin. Und einmal können sie wieder zurück. Weil manchmal fliegen da wirklich massig an Sätzlinge an, da oben. Und die bleiben da drauf liegen. Mir fehlen sie dann irgendwann im System. Hab dann zu wenig davon. Und hier sind sie dann zu viele. So, das tun wir mal da erstmal hin. Dann kommt hier die Rückführleitung hin. Dann kommt hier die Pläne. Hier kommt dann das andere Zeug hin. Hier kommen die wieder rein. So. Hier werden sie wieder zurückgeführt, wenn sie überlaufen sind. Da kommen sie rein. Und hier kommt Strom rein. Beziehungsweise kommt er in diese Luke. Gut. Und. Let's go. So, Strom ist da. Dann will ich hier irgendwo den Harvest herinsetzen. Ne, falsche Seite. Ich glaube, das passt mit dem Abstand. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der gleich anbaut. Das müsste ich eigentlich erstmal testen. Wie viel der davon anbaut. Das kann jetzt mal weg. Die brauchen wir vielleicht schon mal. Aber ich sehe gerade auf der Uhr wieder. Nun vom Lichtstand von der Sonne. Oh, jetzt ist mein Kabel abgerissen. Mein Kabel. Jetzt glaube ich, ich habe... Pass mein Bildschirm aus. Na. Haben wir es jetzt, Bildschirm? Irgendwo ist es jetzt zu kurz. Das kann manchmal passieren, wenn der Rechner vom HDMI-Kabel getrennt wird. Jetzt passt es wieder. Der hat ja hoffentlich weiter aufgenommen. Ist ja nur Bildschirmtrennung gewesen. Ach, okay. Da muss man erstmal aufstehen, wieder alles richtig machen. So. Dann gehen wir wieder zum Bette. Müssen wir bei der nächsten Folge das halt schaffen. So. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und Tschüss. Dann. Dann.